Ohne Glauben an ihre Dauer wäre die Liebe nichts, nur Beständigkeit macht sie groß. Wir sind heute ein Jahr zusammen. Ich bin glücklich an deiner Seite, ich danke Gott, dass ich dich gefunden habe. Mit diesen süßen Zeilen erklärt Schauspielerin Sila Sahin ihrem Fußballer Ilkay Gündogan heute auf Instagram ihre Liebe und zeigt dazu dieses niedliche Bild der beiden. Ob da bald die Hochzeitsglocken läuten werden? Dass man sich als Single-Frau aber keineswegs verstecken muss, beweist Bonnie Strange mit diesem Foto auf Facebook. Wow, Netzstrümpfe, Spitzenhöschen, Lederjacke und Kippe. Lässiger Sonntag zu Hause, schreibt sie dazu. Sarah Engels und Pietro Lombardi zeigen heute erste Einblicke in ihr neues Heim. Die Aufgaben in ihrer Ehe scheinen klar verteilt zu sein. Und für Daniela Katzenberger geht es nun auf große Weltreise. Heute ist der erste Drehtag meiner Weltreise. Ich bin jetzt gerade am Frankfurter Flughafen. Was ich aber eigentlich beantwortet haben möchte ist, was macht mich wirklich schön? Es gibt ja verschiedene Schönheitsrituale, auch in Asien. Und die finde ich für euch raus. Auf diese Beauty-Tipps darf man gespannt sein. Richtig sommerlich sieht es schon bei Sängerin Mandy Capristo aus. Mit Blumen im Haar, Hotpants und bauchfreiem Top zeigte sie sich auf dem Coachella Festival in Kalifornien und postete das Bild auf Instagram. Sehr sexy. Und damit bis zum nächsten Update. Bis zum nächsten Mal.